Blöde Kuh, tu mir leid. Ganz offiziell. Meinetwegen. Sagen Sie, haben Sie heute Abend noch nichts vor? Äh, ich... Wegen, ich brauch noch Briefe, die in den Computer reingeschrieben werden. Sie machen wohl nicht so ein Hintergedanken, oder? Das ist jetzt genau Trend auf dem Land. Das ist so. Glaub mir. Komm, entspann dich mal hier. Ich will nicht! Los, jetzt schwing dein Arsch hier rein. Verdammt nochmal. Ich hab doch keine Lust mehr. Los, wir fahren. Wenn du los wärst, dann schmeiß ich das Geld aus dem Fenster. Was tust du denn? Stumpf kann man nicht sein. Das ist mein Geld. Mein Geld! Achso, ich hätte dich im Kittchen verrecken lassen sollen. Du bist es gar nicht wert. So sieht's doch mal aus! Ja, lass mich mal alleine. Tschüss! Katja! Das machst du nicht! Das tust du nicht! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Verdammt nochmal! Es gibt keine Ereлушarte! Schlaf!